Jo, hallo Bikers. Heute fahr ich mal nicht Motorrad. Heute sind 30 Grad, etwas über 30 Grad. Da habe ich also nicht so richtig Lust zum Motorradfahren. Also stopfe ich meine Pfeife. Ich mache heute mal ein bisschen Balkonien. Geraucht wird hier aus meiner Dünzlö-Pfeife. Schon gestopft so. Und... Lass es mir heute mal gut gehen. Mal erkennen. McBaron Navy Flake heute. Flake-Cut. Dann, jetzt gucken wir die braune Browser. Optimal. Jo, und dann ist heute mal schön relaxen, wie gesagt. Und... Mal sehen, wenn es heute Abend noch ein bisschen kühler wird, dann vielleicht noch mal eine Runde drehen mit Moped. Aber... Also windig. Ja... Aber nicht bei der Runde. Wunderbar. Mh... Wunderbar. Mh...